Wir nähern uns jetzt den Weihnachtenmarkt. Wer Teil 1 gesehen hat, hat schon die ganze schöne Beleuchtung gesehen. Ja, den wunderschönen Baum. Und den wunderschönen Baum, den seht ihr jetzt. Ja, ja, es wird ganz langsam gemacht. Also die machen hier viel für Kinder. Da kannst du sagen, was du willst. Wow, das sieht voll schön aus. Findest du nicht? Was ist da? Richtig stark, wirklich. Guck mal, Bali. Guck mal, das sieht auch voll schön aus. Siehst du das? Ja. Und was haben wir hier? Ne, man sieht das. Ich seh's, ich seh's. Guck mal, vom Weiten sieh ich das besser. Guck mal. Warum? Du willst wieder Eis von Nahem sehen, die Frau. Ja. Pupsala. Oh, guck mal. Voll schön, ne? Ja. Richtig schön gemacht. Richtig mit Liebe gemacht. Tüß, ne? Tüß, ne? Tüß, tüß, tüß. Tüß, tüß, tüß. Tüß, tüß. Tüß, tüß. Also hier müssen wir gleich nochmal hin. Hier gibt es Süßigkeiten. Tüß, tüß. Tüß, tüß, tüß. Tüß, tüß. Tüß, tüß. Oh, hier riecht gut. Gibt es denn hier drüben? Ja. Ja. Tüß, tüß. Tüß, tüß. Tüß, tüß. Tüß, tüß. Tüß, tüß. Wow. Tüß. 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 Das war der Weihnachtsmain von Navida. Ja. Der Weihnachtsmain? Klein aber fein, oder? Ja. Ja. Geht mit mir. So, ich würde mir sagen, das war's. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und dann sagen wir mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.